Johannes Don Scottus im Vereinigten Königreich auch John Don Scottus und weiter latinisiert auch Johannes Don Scottus, war ein schottischer Theologe und Philosoph der Scholastik. Nachdem er in Northampton die Priesterweihe erhalten hatte, studierte und lehrte er in Cambridge, Oxford, Paris und Köln. Als einer der bedeutendsten franziskanischen Theologen begründete er die nach ihm benannte scholastische Richtung des Scottismus. Er verband darin u.a. Lehren des Aristoteles des Augustinus und der Franziskaner auf feinsinnige Art miteinander, sodass Zeitgenossen ihn auch Dr. Subtilis nannten. Don Scottus untersuchte die philosophischen Kategorien der Möglichkeit und Notwendigkeit mit den Formen der Modallogik, wobei er diese in nicht formaler Weise anwandte. Diese Fragestellung spielt auch heute noch in der Philosophie eine große Rolle. Ferner bewertete er Glauben, Wille und Liebe höher als Wissen und Vernunft. Als einer der ersten mittelalterlichen Denker betrachtete er Philosophie und Theologie als unterschiedliche Disziplinen mit unterschiedlichen Aussage gehalten. Skottus wurde am 6. Juli 1991 selig gesprochen und am 20. März 1993 feierte Papst Johannes Paul II. im Petersdom die Vespa zu seinen Ehrenleben. Über das Leben von Johannes Duns-Kottus gibt es nur wenige belegte Informationen. Er wurde nach seinem vermutlichen Geburtsort Duns in Schottland nahe der englischen Grenze bei Burl-Wake-Pontwied benannt. Andere Überlieferungen weisen auf Mixten in Roxburgscha als Geburtsort hin. Sein genaues Geburtsdatum ist ebenso unbekannt. Das erste sichere Datum in seiner Biografie ist die Ordination bei den Franziskanern im Kloster St. Andreeves in Northampton am 17. März 1291. Bei der Bestimmung seines Geburtsjahres 1266 geht man davon aus, dass er mit 25 Jahren so früh wie zu seiner Zeit möglich ordiniert wurde. Eine entsprechende Rückrechnung anhand der üblichen Ausbildungszeiten ergibt, dass er ca. 1280 in den Franziskanerorden eingetreten ist, danach etwa sechs Jahre Philosophie, die Septemartes, studierte und schließlich von 1288 bis etwa 1293 in Oxford seine theologische Ausbildung erhielt. Dort sowie vermutlich auch in Cambridge, lehrte er als Baccalaureus und hat wohl im Jahre 1299 einen ersten Kommentar zu den Sentenzen von Petrus Lombardus die Lecture, sowie bis etwa 1300 eine Reihe von Aristoteles-Kommentaren verfasst. 1300 wurde er auf einer Vorschlagsliste für Beichtväter in Oxford aufgeführt und nahm dort nachweislich im selben Jahr an einer Disputation teil. Im Jahr 1302 lehrte er über die Sentenzen in Paris an der zu seiner Zeit führenden Universität. Über seine Vorlesungen gibt es verschiedene Mitschriften von Studenten, Reputationes oder Reportata Parisiensis, die Scotus in einem Fall wohl auch überprüft hat. Im Juni 1303 musste er Paris verlassen, weil er sich als einer von etwa 80 München auf die Seite des Papstes Bonifatius VIII stellte, indem er die vom französischen König Philipp IV. geforderte Unterschrift verweigerte. Der König verlangte Unterstützung für einen Appell an ein geplantes Konzil, weil er den Klerus besteuern wollte, was der Papst strikt ablehnte. Im April 1304 kehrte Scotus nach Paris zurück, am 17. November 1304 wurde er zum Magister und 1306 oder 1307 zum Magister Regens, H. Lehrstuhlinhaber der Theologischen Fakultät der Franziskaner in Paris ernannt. Aus dieser Zeit stammt eine Reihe von Disputationen sowie die dritte, vermutlich zur Veröffentlichung vorgesehene unvollendete Fassung seiner Sentensen-Kommentare die Ordination, die allgemein als sein Hauptwerk angesehen wird. 1307 wechselte er als Lektor an die Franziskanische Ordensschule nach Köln, wo er am 8. November 1308 starb. Sein Grab befindet sich in der Minoritenkirche in Köln, in der auch Adolf Kolping beigesetzt ist. Schriften Aufgrund seines relativ frühen Todes hinterließ Scotus kein geordnetes Werk, sondern eine Vielzahl von Manuskripten für Vorlesungen, Questionen und Disputationen, von denen nur ein unvollständig gebliebener Text für eine Veröffentlichung vorbereitet war. Die vorgefundenen Schriften wurden den zeitgenössischen Methoden folgend durch Einfügung ergänzender Notizen oder durch Weglassen von Unstimmigkeiten geglättet. Nicht wie es heute üblich wäre, textkritisch mit allen Randnotizen, Streichungen und Einklammerungen veröffentlicht. Darüber hinaus wurden Mitschriften der Studenten als Quelle für Verbesserungen und Ergänzungen genutzt. Die so entstandenen Texte wurden zunächst als Abschriften verbreitet und aufgrund der relativ großen Bedeutung des Scotismus im 17. Jahrhundert gedruckt. Von besonderer Bedeutung ist dabei die Ausgabe der gesammelten Werke von Lukas Wading, die bis zu einer kritischen Auseinandersetzung im 20. Jahrhundert die maßgebliche Quelle für Dunst Scotus war. Das Problem dieser Ausgabe liegt darin, dass sie nur die nachträglich bearbeiteten Texte sowie eine Reihe ergänzender, Scotus zugeschriebene Texte enthält, die jedoch aufgrund neuerer Forschungen eindeutig nicht Scotus zu zurechnen sind. Andererseits wurden in den 1990er Jahren zwei Aristoteles-Kommentare entdeckt, die man Scotus nachträglich zuschreibt. Da die Werke von Scotus selbst keine entsprechenden Hinweise enthalten, sind zudem weder der Zeitpunkt der Entstehung noch die genaue Reihenfolge der Texte tatsächlich bekannt, so dass man auf Rekonstruktionen und Vermutungen der Scotus-Forschung angewiesen ist. Die ersten Arbeiten stammen ungefähr aus dem Jahr 1295 und befassen sich unter dem Titel Pava Logicalia mit Aristoteles, und zwar als Quaestions zu den Kategorien, zu Deinterpretatione und den sophistischen Widerlegungen. Auch die Quaestions zur Isagoge des Porphyrios sind aus dieser Zeit nicht völlig geklärt ist, ob die Quaestions-Super-De-Anima tatsächlich Scotus zuzuordnen sind. Die wichtige Schrift Quaestions subtilisimede metaphysicem Aristoteles hat Scotus über einen längeren Zeitraum erarbeitet. Das Hauptwert befasst sich mit der Kommentierung der Sentenzen des Petrus Lombardus. Solche Kommentare gehörten zu den üblichen Tätigkeiten eines Baccalaureus. Entsprechend gibt es von sehr vielen Philosophen dieser Zeit aufgrund ihrer theologischen Lehrtätigkeit derartige Kommentare. Die Gliederung war durch die Vorlage weitgehend vorgegeben. Es hatte sich aber eingebürgert, dass der jeweilige Verfasser im Prolog seine einleitenden Gedanken frei formulierte. Die Kommentierungen von Scotus zeichnen sich dadurch aus, dass sie sowohl im Prolog als auch in den einzelnen Kommentarteilen besonders umfangreich sind. Es gibt insgesamt drei Sentenzen-Kommentare. Der erste heißt Lecture und stammt aus den Jahren 1289 bis 1299 in Oxford. Er enthält Anmerkungen zum 1. und 2. Buch der Sentenzen. Weiterhin existiert eine Reputation. H. eine studentische Mitschrift, die auf Vorlesungen um 1300 in Cambridge hinweist. Die wichtigste Schrift ist die Ordination, an der Scotus über einen langen Zeitraum gearbeitet hat und die wohl zur Veröffentlichung vorgesehen war. Sie enthält Passagen aus der Lecture aber auch Inhalte, die mit den Pariser Vorlesungen übereinstimmen. Besonders bei diesem Text ist die Rekonstruktion aufgrund ergänzender Notizen schwierig. Das handschriftliche Original ist verloren gegangen. Jedoch gibt es eine in Assisi gefundene Abschrift, bei der die Textkritik eine gute Originaltreue annimmt. Hilfreich für die Rekonstruktion sind auch die Additiones Magne von Wilhelm von Alic, einem Schüler des Scotus. In Paris hielt er Vorlesungen zu den einzelnen Büchern der Sentenzen über einen Zeitraum von mehreren Jahren. Hierüber gibt es etliche Reputationes, von denen Scotus wahrscheinlich eine, nämlich die über das erste Buch der Sentenzen, eigenhändig korrigiert hat. Aus der Oxforda und der Pariser Zeit stammen die Colationes, eine Sammlung von 46 kurzen Disputationen. Als Spätwerk werden die Schriften De Primo Principio, eine Darstellung der metaphysischen Gotteslehre mit einem sehr ausführlichen Gottesbeweis, sowie die Theoremata, eine Zusammenstellung von Notizen und Traktaten eingestuft. Bei letzteren ist die Authentizität nicht gesichert. In den letzten beiden Pariser Jahren entstanden die Quaestischen Squad Libetales mit ausführlichen Disputationen zu allgemeinen Fragen, die Scotus als Magister Regens gehalten hat. Aufgrund der unsicheren Quellenlage wurde im Jahr 1950 in Rom eine Kommission zur neuen kritischen Herausgabe der theologischen Schriften des Scotus gebildet, deren Arbeiten auch nach über 50 Jahren bei weitem noch nicht abgeschlossen sind. Dies hängt zum einen mit dem Umfang der Schriften zusammen. Der Nachdruck der Wadding-Ausgabe umfasst 26 Bände, vor allem aber liegt das Problem in der sehr aufwendigen Rekonstruktion. 1997 hat das Bonaventura-Institut der Franziskaner in New York ergänzend begonnen, eine kritische Ausgabe der philosophischen Schriften herauszugeben. Bedeutende Übersetzungen von wichtigen Teilen der lateinischen Texte in die modernen Verkehrssprachen erfolgten erst im 20. Jahrhundert.